Ja, doch ging. Oh! So, du lebst aber noch. Ja, aber... ...mein Tier nicht mehr. Jetzt komm mal runter zu dir. Ja, lass es aber nicht ins Wasser fallen. Dann stirb's. Zu spät ist es schon ersoffen. Gut. Gerade weil es ersoffen ist. Nicht irgendein Tier. Boah, was darf denn hier sammeln? Und mich hier hochpflanzen? Ich weiß nicht, ob die sich so jetzt überfreuen, dass wir dann ohne Tier wiederkommen. Hey, wir sind auf jeden Fall schon mal da. Ja, fast. Also, ich bin hier am Fingermichbaum. Nein, ich spau jetzt gerade die Schlangli hoch. Immer gut ein freundliches... An einem meiner Lieblingsauftrag wächst jetzt ein Tarsu-Schesseln. Du solltest ihm mal einen Besuch abstatten. Oh, ich hab aus Versehen eine neue Nebenpresse angenommen. Sorry. Oh, 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 nö. Und er geht noch mal nach unten. Denkt sich so. Wo? Ähm. Wo ist denn der... Hast du der Flamichbaum? Der ist es gefunden. Ja. Du weißt schon, dass das ein Siebelflügel-Mottenbaum ist. Das ist ja nicht so schlimm. Da kannst du auch deinen Finger reinschieben. Nein. Ich konnte das. Da kann nur der... Ja, genau. Da kann nur der Spielwerbbesitzer reinfingern und dann muss man da hinterher sümseln. Ach so. Sorry. Alles gut. Ich hab mich nur ein bisschen gewundert, weil irgendwo haben wir jetzt auch eine Markierung von einem Tarsu-Setzling auf der Karte bekommen. Irgendwo, irgendwo... Ah, weiß auch nicht. Wir werden jetzt erstmal gleich ausgebootet und bestimmt ausgepeitscht, weil wir die Viecher umgebracht haben. Oben ist er irgendwo. Da oben. Ah, hier ist ein neuer. Krieg ich den? Aber was bringen Worte, wenn ich sie nicht benutzen kann? Sei gegrüßt. Oh no. Oh, hier ist noch ein neuer. Ne, der persönlich klappt immer zu denen. Da, falls was kaputt geht. Da, falls was kaputt geht. Okay, ich hab eine neue Sehne gekriegt. Ich hab nichts bekommen. Kommt. Oh, wenn die gleich mit uns reiten wollen, haben wir verpackt, Junge. Ach, Quatsch. Oh, warte, ich kann hier was sammeln. Wo ist hier? Hier bei mir. Der Spur war's. Und zwar... Abendrot-Schilf. Ja. Hättest du mir zugehört, hättest du das vor drei Sekunden schon gehört. Na, drei Minuten. Sorry. Ich will davon noch einen zweiten haben. Nur, falls ich es mal wieder brauche, weißt du? Dann hab ich's schon mal. Ein Lagerfeuer. Wir singen das Lagerfeuerlied. Hier ist irgendwie... Nächstes Mal bei uns. Heute. Oh, hier ist ein Baum. Uh, langer Baum. Da oben ist was hier. Da will ich hin. Gib mir diese Rinde. Links runter. Nein. Rechts hoch. Nein. Er rät mir erst weg. Wir haben jetzt ein Acht-Schilfes-Gesicht. Blatt-Rinde. Okay. Na, hier ist ein Wespe. Na, dann komm ich nicht zu dir. Hört auf damit. Boah, ob wir gleich auch unseren Sperr kriegen. Was? Ach, der Sinn, wenn das so, sagen wir mal, das letzte Volk, das wir kennenlernen würden. Ja. Fließend wie ein Fluss. Sie ergänzen sich selbst dann, wenn sie sich merken. Ein Giescht. Ein Läppertzwiebel. Wie der Klingelsamen. Aufstelle? Nehm's noch mehr zum Bluten. Kreativität erlangen die, die gewählt sind, so ein, zwei, Brühen zu verdarmen. Das ist für mich das Lager. Ich hab gar nicht so viel dabei, außer einmal Fisch und einmal Fleisch und das kann ich nicht kombinieren. Hier kannst du dich kombinieren. Geht nicht. Ich warte auf Verbündeten. Wir warten auf Verbündeten. Der war ja 51 Meter von mir entfernt. Verletzen sie sich nie? Wir sind hitzköpfig, aber harmherzig. Wandern, dieser Crew, folgen wir ihnen. Und wenn sie rasten? Der Boden weiß, wenn wir tanzen. Die Luft weiß, wenn wir lachen und singen. Ich wäre gern so stolz und kämpferisch wie ihr. Dann musst du mehr Sacrumilch trinken. Wir verarbeiten sie mit Disteln zu frischem Käse, der reift dann mit würzigen Blättern. Und aus der Molke brauen wir Sanke. Das Feuer für unsere Feste. Legenden nach sind Sacru Felsen, die erweckt wurden. Seit das erste Sacru uns Schutz gewährt hat, kennen wir Musik und Freude. Zeit für eine Überraschung. Doch wir brauchen frische Sacrumilch. Akurai hat welche. Ich mag herausforderungen, aber sie nehmen sie so ernst. Bist du denn? Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich habe ein kleines schwarzes Bild. Über den Fluss wartet Arbeit auf mich. Gehört zur Überraschung. Sieh dich um und begrüße die Sesua. Unsere furchtlosen Reiter sind weithin bekannt. Und im Hort wartet schon jemand ganz ungeduldig auf dich. Okay, ich zieh mir meine Reizwäsche an. Ich wollte was sagen. Ich packe noch mal ein Lübettücher rein. Besucht den Hort im Kreis, optional. Trifft den Schreckenspferd weiter auf dem Palliergelände. Im Kreis, optional. Wo ist denn der im Kreis? Ist hier der im Kreis? Hallo? Hallo? Da hinten ist ein Punkt oder hier vorne ist ein Punkt? Ich weiß nicht, der streichelt da jemanden. Was ist? Schläft sie? Ja. Ihr Name ist Koakte. Sie macht es wie ihre Eltern. Ihr habt euer Zelt um sie gebaut. Sie müssen tief schlafen. Mhm. Sie schlafen nicht nur, sie nähren sich. Irgendwann wachen sie auf, ziehen los und suchen Neuland. Und wir folgen ihnen. Ihr seid Reisende, wie meine Leute. Es waren... Ich kenne nur Geschichten über sie. Meine Mutter zeigte einem, wie man die Mähne eines Sackrug hemmt. Er stolperte und fiel in ein Milchfass. Ähm... Aber immer wenn sie uns besuchten, gab es eine Feier. Wir tanzten, kämpften und tranken Sanke. Dein Clan war willkommen. Und jetzt bist du hier. Wir werden wieder feiern. Das war's. Okay. Was ist das für Viecher? Oh, hier ist eine Fingermichtkiste. Na na. Da sieht das. Hm. Dann mal jetzt zu dem anderen Punkt da, wa? Aber dann, das war jetzt auch ein Optionaler. Da. Nehmt die Hände in die Luft. Lasst uns tanzen. Lasst uns tanzen. Lasst uns tanzen. Oha! Man kann sich hier nochmal komplett ändern. Wo bist du denn? Ja, hier. Ich hab das schon gesehen. Das ist ja nicht nur hier. Da kann ich nochmal mein komplettes... Ach so. Das ist schon im Hauptlabor, das Widerstand ist. War auch schon so ne Station. Dreh ich nochmal meine Haare, ey? So, einfach so einen auf, äh... Bruder, ich hab jetzt kurze Haare. Nee. Die Frage ist, ich hab diesen Punkt nicht nochmal optional. Ich weiß es nicht. Ich hab nur noch einen Punkt zu sehen, hier. Ne, ich hab hier einen, da ist die Questdüdel. Da? Ja. Guck mal, das ist der Schreckenspferd-Reiter. Weil der versucht gerade den Schreckenspferd zu nehmen. Okay. Und der ist quasi auch ein optionales Quest... Implement. Hallo. Das ist das, was ich gesehen habe. Dein Schreckenspferd sieht so kräftig aus. Dein? Du sprichst wie die Himmelsmenschen. Sie halten alle Wesen für ihren Besitz. Aber sie gehört niemandem. Ich weiß. Sie sind frei. So frei wie wir. Und jedes ist einzigartig, genau wie du und ich. Sicher mag die Sakru. Bei ihnen findet sie Ruhe. Reitest du? Ich trainiere noch. Wer unseren Bräuchen folgen will, muss das Reiten meistern. Schreckenspferde bedeuten meinem Clan alles. Sie tragen die Zelte. Wir jagen mit ihnen. Wir kämpfen gemeinsam. Unsere Kriegsrufe schallen übers Land und versetzen unsere Feinde in Angst und Schrecken. Hab keine Angst, Sarintu. Das sind nur Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Es könnte wieder so sein. Und wenn, werden wir bereit sein. Wir beide. Okay. Okay. Ruheplatz. Einfach nur. Aber wo müssen wir jetzt hin? Da hinten ist wieder ein Punkt. Ja, das ist der letzte. Das ist die quasi der... äh... originale Weg der Christi. Wenn wir jetzt mal die optionalen Apfel... abgegrast. Komm schon, lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Wir werden immer besser werden. Nichts anstößiges. Ich kenne Kinn. Er braucht etwas Milch. Ach Kinn. Seine Scherze waren legendär. Aber seit Susul weg ist, ist er ganz anders. Ihr, frische Milch, eine gütige Gabe der Sakro, die Grundlage unserer Stärke. Wer ist Susul? Kehns bester Freund. Hast du es nicht gehört? Er ist jetzt der Bödenträger. Hat den Clan verlassen. Für immer. Er trägt diese furchtbare Last. Das war sicher sehr schwierig, Freunde und Verwandte zurückzulassen. Eine traurige Ehre. Er nahm unsere Bürden auf sich, damit wir reisen können. Dank Susul wandern wir mit den Sakro. Also wenn ich das jetzt verstehe, dann sind sie wieder klar. Aber wieder selber? Ein bisschen. Ja, wenn die immer, wenn die weiterziehen, einen wegschicken, damit sie in Ruhe weiter reisen können. Hier ist noch ein Köpfchen. Ja, wo? Oh, 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 oh. Also wie gesagt, für mich fängt das so, als wenn die sich hier permanent selbst dezimieren. Ah, wir müssen weiterziehen. Gut, du bleibst hier. Du nimmst jetzt unsere Lasten auf. Vorsicht. Vorsicht. Was sind die ganzen Hotty Hüße? Weiß nicht. Kaffee trinken. Hier ist jetzt vielleicht ein neues Fenster für dich. Ich hab zwar die Pflanze in den gebringt, aber... In der Regel Kackung. Ich hab's nicht zu schätzen, was du gehst. Und nur auf zu überlegen, was noch kommt. Ja. Du. 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 Du Ty. Du. Du. Weiß. Oh, ey. Wir stecken unseren Finger rein, la 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 la, und dann hörst du den Baum ganz laut schrein. Aber das Tier sieht nicht mehr ganz lebendig aus. Ey der Bottich ist leer Junge. Tu nichts, als ob du gearbeitet hast. Sie sind nicht zum Essen da. Durch sie fühlt er sich schön. Hier. Ich habe mir nach dem Pipi machen die Hände nicht gewaschen. In etwa. Ganz oft sogar. Er ist wach, nur für dich. Ihr seid nun Freunde. Und Sakro vergessen Freunde nie. Abel. Aber wenn die Sakro kommen. Wir sind Veränderungen gewohnt. Ah, hörst du das? Die Schwestern sind zurück. Feiern wir mit Käse und Sanke. Trinken wir auf die Rückkehr des Arento. Jemand muss die Drachen steigen lassen. Eine Ehre, die deinen Leuten Freude machte. Mal auf ihn rumsteigen. Mal auf ihn rumsteigen. Ja, Mann. Juhu. Kann gar nicht. Es tut mir leid. Ich muss... Ich muss meine Looptie befriegen. Hier ist noch so eine... Ah ja, komm, komm, falls du raus. Wo war das? Ach, da oben. Ich komme da oben nicht hin. Hochhannes Nest. Wuhu. Ich komme bei ihm hier nicht hoch. Ist auch egal. Nimm dir mal die Eier. Das klingt, als wäre der gerade wieder eine Lose über die Liga gelaufen. Wem? Mir? Ja. Nö, 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 nö. Oha, hier gibt es so eine Nebenquest. Äh, die erst so ab Level 20 am besten wäre. Ja, das ist das Lager, wo wir gerade vorbeigelaufen sind. Alter. Nö, nö, nö. Tchhuhu. Wir haben mit der Weg, das ist quasi nur die Hauptquest, die hier nah dran ist. Unten im Bereich halt. krass 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 kasse ja so hast du die nächste quest angenommen oder die jacken die sind nicht weit weg von hier eigentlich die vortag ne das ist direkt hier wieder im hauptlager ja aber mehr haben wir auch quest technisch das ist aktuell nicht ne das stimmt da geb ich dir recht ich kann hier was ernten ach so die teile wieder die an dem sonne hier ist passiert das kippt man schon deinen kapseln irgendwo bei dieser baum an dem muss irgendwas dran wegen was jetzt alles ins auto ich verstehe das nicht deswegen wollte ich dann da bringen kommen also der fernseher ist an sich groß ach ja wir wollen ja doch das müsste passen doch ja oder ich weiß nicht ja je nachdem was für ein kleines lich hat das heißt wenn es mit 873 splannen ist dann könnte es doch eigentlich ist ein kleineres ja kriegen wir schon hin fast schon alles so wobei ich war doch noch irgendwo ein punkt oder von diesem käse ja hier möchte ich aber nicht probieren und gerne stimmt käse fuß ja euer käse der fährt bestimmt mehr als nur einmal der fahrer 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 der bäume warum da hinter der bäume leute wie blöd seid ihr denn das geht nicht mehr gut oh manno so warum machen die das denn mit mir hier auf dem baum? ach da ist ein drache ja ja der weg ist ja überkompliziert hier hinzukommen aber egal ich bin da ich nicht ich fall runter auch egal lass du den mal steigen hab ich schon perfekt äh das ist das 4x2 also 1,50 ja müsste passen musst du halt ein bisschen weiter vorne sitzen rückbank zurückgeklappt du ein bisschen weiter nach vorne sitzen dann schiebe ich das da an der seite rein und dann passt der fernseher da eigentlich mit rein ja also du kannst du den fernseher aufgeschossen den nicky der ist triff deine wahl oh ich hab nen Händler gefunden wo? würde ich dir jetzt echt gerne zeigen aber dann geh ich hier wieder raus und das wär echt kacka oh und ich hab nicht genug material alter mhhh vielleicht auch obwohl doch aber hat der jetzt wundermann nicht auch dabei? ja doch dann würde das doch mit rückbank einklappen schwierig ne wir können uns so geteilt einklappen ah ok Digga der hat hier ein richtig geiles Stirnband das würde mich aber richtig interessieren weil das würde plus 88 Gesundheit machen aber ich hab nicht genug Dings aber hier gibt es erstmal Designs die ich abholen kann das mach ich auf jeden Fall erstmal ja ja I'm very sorry too much stop lying to me lasst dich vom Wind leiten lasst dich vom Wind leiten ich hab nur das Beste weißt du der hat einiges mal gesagt 1 2 1 wer weiß was als nächstes kommt jo weißt du aber auch warum das plus 88 Gesundheit hat jaja das hat ja übertrieben ausgezeichnet werden es war eine gute Feier wenn man die noch 3 Tage später spürt jetzt blockiert der stundenlang den Händler ja aber auch nur ein Übert ja weil du dir nämlich wieder Stirnband machen kannst ne fliege hoch und stolz wie unsere Drachen aber wie konntest du dir das denn leisten mhm ich hab 1 2 ja nicht viel Klangkunst dafür hat's ausgegeben ja aber warte mal nicht genug Klankunst achso ja ich brauch ja richtig viel Klankunst dafür ne aber wie wo seh ich denn wie viel ich dafür brauche das siehst du an diesen an diesen Blättern die da gezeigt werden achso und das was rot ist brauche ich noch genau guck mal du hast jetzt zum Beispiel bei dem Brustschutz den zweiten könntest du dir holen weil du diese 4 Blätter definitiv voll hast bei der Klangunst ja den kann ich mir holen ja aber der ist ja schlechter ja genau aber aber ich will das Band haben aber wie krieg ich denn meine Klangunst so hoch ähm Fest machen ähm ähm Lager beseitigen ähm das was die suchen spenden quasi also diese ähm ja das Thema hatten wir glaube ich schon mal ähm Opfergaben ja darum ist ein Drache ach ich bin ja jetzt verlockt so jetzt muss ich meine Klangunst aber soll man aufbauen dieser Drachen steigt im Sturm unserer Feier achso ich muss auf dich warten wieso musst du auf die Werbung wissen ja da oben ich hab den letzten Drachen steigen lassen manchmal muss man das Problem einfach angehen ja weil hier unten sind wir auch noch Questen gewesen ich ich aber nicht nun weiß es jeder wir sind Verbündete der letzte Besuch der Sargento ist schon lange her ihr bringt neue Geschichten Geschichten von Krieg und Widerstand diesmal erzählen wir sie zusammen wir führen denselben Speer wir reiten vereint also was hältst du von unserem Land atemberaubend ich würde es gerne von oben sehen aber meine Ikran antwortet mir nicht der Wind über den Ebenen ist gnadenlos die Ikran müssen sich sicher fühlen die Ikran Reiter können es dich lehren du findest sie in Ewa in der Kammer der Echos nicht weit von hier vorbei am schiefen Baum und über den Hügel sie blasen wieder zu einer sinnlosen Jagd nicht sinnlos niemals sinnlos die Himmelsmenschen folgen immer einem Plan ich werde herausfinden was sie wollen finde die Reiter in Ewa flieg deine Ikran wir greifen die Himmelsmenschen aus der Luft an Ok let's go ja ja Niki haben wir einmal zwei einmal zwölf also fast zwei fast zwölf Slot 4 hab ich den immer noch nicht ausgehört jetzt ist egal ich muss nur kurz hier meine Fähigkeiten Krieger ich will die vierten Waffenslot ich komme hier wäre so ein Zwöln hier ausrüst den Slot 4 was muss ich dafür jetzt sammeln Speerschleuder achso Holz ok achso äh verbinde dich mit Ewa im Karachos östlich des Reises über den Hügel beim schiefen Baum da der schiefe Baum von Pisa did, 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 did wohin soll ich kommen hä, wer hat mich angequatscht ja, hab ich gefunden ich muss auf Spieler warten Denn hier, hier, und elf Zentimeter kleiner. Ja, in Geist und Seele. Vereinigt für immer und ewig. Überlebt alles. Bleib auf jeden Fall in Erinnerung. Ah, eine Felsmalerei als Erinnerung. So was hat noch niemand gesehen. Nicht mal die Sessua, Sarintu oder Sacru. Ich helfe. Was brauchen wir? Wir benötigen Farbstoffe für die Clans. Unser Clan braucht Wolkenspuckersamen und deine...